Ich willkommen euch herzlich zu einer weiteren Folge Minecraft Hardcore. Wir befinden uns immer noch in dem Dungeon, in dem wir letzte Folge waren. Und da ist ein Diamantskelett. Das nicht wirklich viel Schaden macht. Oh, das. Das könnte uns Schaden machen. Das. Das. Ja. GG. Okay. Ich muss hier kurz nochmal weg. Essen fassen. Perfekt. Rein. Stürmen. Weather Gravity. Slow nicht der? Ne. Oh. Der Necromancer. Genau. Den gab es ja auch noch. Oh fuck. Der Typ. Ist schon ein bisschen stark. Ich hoffe, man hat den Kampf gesehen. Shit, der Necromancer. Der ist immer ein bisschen schwierig. Aber man kriegt den Necromancer Bone. Der gefällt mir eigentlich. So, was ist das? Clear Potion. Ein Electric Stuff. GG. Das ist das Problem, wenn man kein Backpack hat. Und ein Speer braucht ein Speer. Brauche ich nicht. Brauche ich auch alles nicht. Was ist in der Kiste? Nur Essen. Okay. Schön. Hier habe ich noch nicht ganz nachgesehen. Hier kann immer wieder was versteckt sein. Man weiß nie. Das sind so kleine Irrgärten. Aber an und für sich. Hm. Ah. Okay. Ein Eisenschwert mit Fire Aspect. Kobalt ist auch gut. Muss ich jetzt... Ja, Kohle. Hier lassen. Hm. Ich habe eine Idee. Dazu muss ich ein bisschen was loswerden. Wieder mal. Wir nutzen das Angebot. Um die eigene Nachfrage zu stillen. Sind das... Das sind... Gut. Ich möchte nicht wissen, was wir da alles verzaubern hätten. Können. Können. Ich meine, es ist das... Der Mod Better Enchanting drauf. Aber... Also an und für sich können wir alles verzaubern. Wenn wir es nur genug wollen. Und ich merke gerade, Minecraft ist... Wieder ein bisschen zu laut. Tum. So, wieder irgendwas loswerden. Ähm. Mellowberry Bush. Wir haben andere. Jawohl. Zwei Stacks Bücher. Da gehen sich ein paar... Mh. 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 Ein paar Bücherregale aus. Und dann inspizieren wir noch den oberen Teil des Dungeons. Wenn wir da wieder rauf finden. Ähm. Wo geht's weiter? Habe ich hier irgendwie den Eingang... Wahrscheinlich dadurch, dass ich den Schalter betätige... Nein. Theorien und Theorien und im Endeffekt... Habe ich einfach den Aufgang nicht gefunden. Da geht's hier rauf. Und da geht's hier rauf. Und hier rauf. Und... Hier rauf. Hier geht's nur mehr rauf. Okay. Langsam. Müssten hier wieder... Ja. Explodieren einfach und zerstören meine Kartoffel. Kein Problem. Ein Glaive. Ein Crystal Ball. Ich glaub, der macht ganz ordentlich Schade. Nein. Mistakes have been made. Oh. Ups. Hm. Okay. Es fühlt sich langsam nicht mehr so hardcore an, aber... Es gibt noch schwerere Kämpfe. Das ist eigentlich noch ein relativ mittelmäßiges Dungeon. Im Gegensatz zu Dungeons, die es dann noch als Steigerung gibt. Ups. Ja. Ich glaub, das war's. Oder? Man... Man... Man weiß ja nie. Ja, ich glaub, das war's. Ja. Äh. King of the Dungeon. Ne? Hier so. Bitches. Wuuh. Wuuh. Okay. Äh. Jetzt noch irgendwie zurück nach Hause. Beziehungsweise erstmal hier runter. Ich möchte da irgendwann rauf, aber... Gerade... Habe ich keinen Bock. Alter, hier hätten wir uns irgendwo ansiedeln sollen. Also, ich glaube, ich siedle hierher irgendwann mal um und baue mir so ein richtig cooles Haus. Vielleicht. Naja, aber es ist Minecraft Hardcore, deswegen darf man hier nicht einfach... Hm. Übrigens... Ähm... Wir wissen, Hexit ist ein einfaches Modpack. Relativ. Heißt, falls ihr schwerere Modpacks kennt und wollt, dass ich an denen unbedingt verrecke, könnt ihr mir das schreiben. Denn, ich glaube, irgendwann können wir eine starke Challenge brauchen. Alter, bin ich wirklich so weit gelaufen? Dann kann ich ja nebenbei hier aufs Handy gucken und mal... Weih nicht. Auf Twitter... Tweeten. Oder eine Nachricht auf Twitter bekommen. Und realisieren, dass mein Ton vom Wecker heute immer noch auf extrem ist. Irgendwie ist es alleine schon deswegen traurig, weil heute Samstag ist und ich einen Wecker habe. Aber naja. Was willst du machen? Und wir sind da. Ja, schön. Ja, wächst hier. Schön. Gut. Hier müssen wir mal zumachen. Aber jetzt, wo wir noch ein paar Minuten Zeit haben, heben wir uns einen kleinen Raum aus für... Übrigens muss ich hier mal... Ich glaube... Gleich hier irgendwo. Hier mal das ganze Zeug rein. Dann brauchen wir ein bisschen Holz. Eigentlich ein bisschen viel Holz. Ja, ich glaube, ich glaube, das reicht. Meteorite Boots, die sind nicht so stark. Also... Die können wir uns an und für sich sparen. Brauchen wir nicht anziehen. Ich mache den jetzt einfach mal hier, so der Vollständigkeit halber. Irgendwie so, ja. Mal schauen, wie wir den hier platzieren. Dann, wenn wir hier runterkommen, dann wäre es schon schön, wenn er hier so zentral irgendwie steht. Sagen wir... Hier... Dann muss hier noch eine Reihe weg. Und hier hinten noch zwei Reihen weg. Und ich kann einfach nicht widerstehen. Ich muss das Eisen holen. Ich bin halt eine kleine Erzhure. Ja. Kann man so lassen. Und Jump in the Table holen. Hier, die müssen auch noch weg. Ja. Perfekt. Ja. Um ein Bücherregal zu wenig. Ein bisschen Holz haben wir ja noch. Dann müssen wir in der nächsten Folge wieder Holz holen. Kurz. So. Was hier. Nein, den Crystalbogen will ich ja gar nicht behalten. Ich will mir ja einen Legia-Bow machen. Oh, machen wir Fire Aspect drauf. Looting. Fangen wir neu. Okay. Ja, Fire Aspect und Looting. Ist ja schön. Okay. Ähm. Unser Schwert ist damit. Ja. Schaut mal so ein Fire Aspect. Unser Schwert ist damit schon mal OP. Ähm. Also. Beschweren dürfen wir uns nicht. Schön. Okay. Ähm. Ja, dann würde ich die Folge beenden. Ich verabschiede mich. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Ja. Musik. Ja.